Meistens sind Schleifsteine flach, so wie dieser Fehl-Niven CC4. Es gibt aber auch solche Feilen, eine Keramikfeile, zum Beispiel die von Spyderco. Wenn du wissen willst, wofür die da ist und ob auch du so ein Teil brauchst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival-Strip. Schön, dass du dabei bist. Ja, wozu braucht man solche Rundfeilen sozusagen oder solche Rundschleifer hier in Form von einem Keramik-Schleifgerät? Links zu den Produkten, die ich da hier zeige, findest du auch unten, natürlich Eigenwerbung, das ist ganz klar. Den CC4, den habe ich schon einmal vorgestellt und habe auch gezeigt, wie ich damit schleife. Ah ja, wie schleife ich eigentlich damit? So, da ist es. Und zwar, ich will das jetzt anhand von diesem Tracker Knife, diesem Topps Tom Brown Tracker Knife, das T3 übrigens, mal herzeigen. Also es ist so, mit so einem flachen Schleifstein geht man jetzt zum Beispiel am Anschleifwinkel und schleife dann im passenden Winkel, ja, das Messer an. Gut, gut, der Brauchre ist jetzt nicht mich dazu braucht, um das zu wissen. Aber jetzt gibt es zum Beispiel Messerformen, wie zum Beispiel dieses Tom Brown, da ist da so ein komisches Haken-Dingsbums dran. Wenn du wissen willst, wofür das da ist, gebe ich dir den Link da oben auf meinen Rainer Rossmann Survival-Messer-Kanal, da habe ich das einmal vorgestellt. Und ich werde auch in Kürze hier auf dem Kanal, am Survival-Shop-Kanal, meine Testergebnisse, weil ich habe alle Topps Tracker Knives gekauft und habe da jetzt ein schönes Fazit dazu. Aber unabhängig davon, da kann man den mit dem flachen da, in dem Teil da, nicht schleifen. Genau. Und da ist nicht die Stunde des Jägers, weil das ist das Messer von dem Film, die Stunde des Jägers, sondern da ist die Stunde des Spider-Kuh-Rundschleif-Dingsbums. Wie gesagt, Link findest du unten zu mir im Shop. Jetzt setze ich jetzt hier an, ziehe ab und dann, wenn ich auf diese Rundung komme, ziehe ich die mit ab. Damit ich diesen Schleifteil hier, der auch rund ist, damit ich da rankomme. Ich könnte auch, ich meine, das ist jetzt kein Serrated, das ist so ein Sägenverschnitt, der eigentlich mehr raspl ist, aber egal, wenn ich das jetzt serrated wäre, könnte ich auch mit dem in diesen Wellenschliff reinarbeiten. Genau für das ist das da. Und wie gesagt, ich setze es eben dafür ein, um diesen Haken, wer da am Messer ist, scharf zu halten. So, jetzt kannst du sagen, rein ist ja alles Leiband, aber das ist doch nicht so cool, so ein rundes Ding im Gegensatz zu einem Flachen. Und das ist richtig, mit dem Flachen kann ich einfach besser die Kante treffen. Ich nehme mehr Material ab, es geht schneller, es geht schneller. Ja, natürlich. Und ich sage auch, das ist der CC4, den du auch bei mir im Shop natürlich kriegst, das ist mein Universalschleifgerät. Und für alle normalen Messer verwende ich den auch, nämlich, um im Feld draußen das Messer scharf zu halten. Ich mache Survival-Trainings und da kommen Leute manchmal mit stumpfen Messern, manche können wir nicht schärfen, weil der Stahl einfach so kacka ist, ja. Und, das ist ein böses Wort gesagt, nein, ernsthaft. Und andere schleifen wir ab, ziehen wir ab und dann sind die auf einmal scharf und die Leute lernen ihr Messer besser kennen und sagen, hey, das schneidet auf einmal. Also das ist die Idee dahinter. Aber manchmal gibt es eben so komische Messer wie das Tracker Knife, da ist das sinnvoll. Was mir an diesen Schleife-Dings aber auch gefällt ist, dass du damit vollwertig schleifen kannst, outdoor sozusagen, ich sage jetzt mal vollwertig, der aber sehr leicht und kompakt ist. Er passt zum Beispiel bei einem Expedition Mini rein, das heißt, kann ich da in diesen Organiser mit reinpacken und passt ganz genau rein und zu die Tür und ich kann es sozusagen mitnehmen und schön verpacken. Und es ist auch standardmäßig genau dieses Teilchen hier dabei, also so ein Röhrchen, wo man den reingeben kann, aber dann hat er wieder doch deutlich mehr Volumen, aber manche machen das auch. Das ist es dabei. Also wie gesagt, kann man auch schön verstauen. Eine nette Sache. Lange Rede, kurzer Sinn. Brauchst du sowas? Musst selber wissen. Gibt es Anwendungsbereiche? Ja, wenn du komische Messer hast. Oder wenn du eine Serrated Klinge hast und hier arbeiten willst. Ist es ein absolutes, das braucht man unbedingt. Nein, nicht unbedingt. Kommt wie gesagt darauf an, welche Messer du hast. Aber es ist universell, weil du kannst natürlich mit dem hier auch das hier abziehen, beziehungsweise schleifen oder scharf halten. Ich meine, ich würde jetzt, wenn das komplett total stumpf ist, damit das jetzt wieder scharf kriegen, ist halt eine Arbeit, wo du halt ein bisschen Energie brauchst und ein bisschen Zeit und ein bisschen Durchhaltevermögen, aber es geht im Prinzip. Wie gesagt, Link zu all den Produkten findest du bei mir im Shop vom T3, was meiner Meinung nach das beste Tracker Knife ist, aber dazu mal in einem anderen Video über den Fail Neven, über das Taschel, über das. Links findest du unten. Und jetzt mag ich dir um einen Kommentar bitten, hast du solche Teile, nämlich eine Scherfeile. Wie machst du das? Erzähl uns ein bisschen was, für welche Messer setzt du das ein? Schreib unten bitte einen Kommentar, da würde ich mich freuen. Daumen nach oben und nach unten ganz wie du magst. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es war wieder super, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann, bis bald und ciao.